irgendwas passiert. Ja, warte kurz. Ich hab echt keinen Plan, was wir hier machen. Ja, fuck it, oder? Let's go, rein. Also wir spielen jetzt ein Game, wo wir nicht wissen, alles klar. 3, 2, 1, okay. Ich bin der Captain. Ich farme kein Brot. Nein, es ist kein Placement. Also ich kann nur eine Ranch hier nicht. Ich auch. Ich auch. Oh Gott. Confirm. Alter, was ist das? Oh moin. Oh moin Jungs. Warum ist das so scuffed? Haben wir auch hier Ton im Game? Wer bin ich? Oh nein. Bin ich der Einzige, der Klamotten hat? Warum hab ich hier kein Audio? Ich hab Audio, du musst die lauter machen. Bin ich der Einzige, der Klamotten hat? Anscheinend, ja? Bist du der Frau in der Blonde? Ja, ich find aber uns heiß tatsächlich. Ich seh ein bisschen aus wie Flask, find ich. Stimmt, wie dieser Hipster, ja. Oh, ich hab gegrollt, guck mal. Wuhu, wuhu. Wie habt ihr die Tür hochgemacht, Jungs? Mit E. Mit E. Ah, es steht da unten auch groß. Sorry, ich bin blind. Holy fuck. Eine 5 an der 6. Stelle, das könnt ihr eventuell darauf hindeuten, eine Zahl, die auf einer 5 endet, ist auf jeden Fall durch 5 teilbar. Passi, bitte nicht. Jungs, warte mal, hier unten ist irgendwas mit... Jungs, wir haben ein Problem. Das ist ein 2D-Spiel. Karl hasst 2D. Ich liebe 2D. Ähm, ich bin grad... Oh, 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 oh! Wir sind, wir sind, wir sind irgendwo... Oh Gott. Und der U-Boot ist wo entgegen. Jungs, äh... Ah, das Ding, nicht dran laufen. Ich hab hier irgendwas gemacht. Wer bist du? Bist du der Vlesk-Typ? Mittelmaus? Ich bin hier in so einem Control-Menü von dem U-Boot irgendwie, mit Rad und so. Ja, du kannst... Mit der mittleren Maustaste kann man da irgendwie so... Oh Gott. Uh, kann man so Sachen einstellen. Ich... ich... ich sink mal hier ein bisschen. Warte mal, hier ist Munition, hier ist Munition. Ja, das ist dicke Munition, die du da hast. Was ist das hier? Oha! Oha, ich kann lenken hier. Mit Q kannst du outside gucken. Ja. Wir sind... also, erinnert mich ein bisschen an das U-Boot hier, mit Herbert... Wollen wir mal, wollen wir mal... Ah, ich kann hier so Commands geben. Guck mal, ich kann sagen, hier... Fire the EMP oder so. Okay, also mittlere Maustaste ist nur, wenn man nicht... Wenn man nicht im Maust ist, I guess. Okay, und ich kann... ich kann uns hier so runter neigen, aber wie gebe ich Gas? Wer ist er hier? Was willst du, Bruder? Ich mache hier gerade eine kleine private Session, Bruder. Achso, sorry, Bro. Warte, warte... achso, du machst... ah ja. Oh, warte, können wir hier hoch? Nee. Nee. Ähm... wo kann man denn Gas geben? Ist dieses Spiel der Minecraft-Killer. Also, ich glaube, ich kann hier nur steuern. Ich glaube, wir müssen noch irgendjemand im Maschinenraum oder so, der dann Gas gibt. Oh mein Gott, ich kann... ich kann mit dem Torpedo... Wir müssen erstmal rausziehen, was es für Funktionen alles gibt, und dann muss jeder seine Aufgaben... Warte mal, ich kann jetzt hier in den Hebel ziehen. Soll ich mal machen? Ja. Oh! Halt, Breach, wir haben ein Loch. Achso, nee, du hast... nee, nee, nevermind, nee. Passiert einfach nur den Voice-Command. Ähm, also das ganz Wichtigste ist halt erstmal, wir müssen aufpassen. Soll ich, hab's wieder ausgemacht? Wenn wir zu tief sind, Jungs, dann werden wir... dann wird unser Boot aufplatzen, weil der Druck zu stark ist. Okay, warte, wir können hier wie so Skill-Punkte verteilen. Wir machen mal drei in Bewegung rein. Oh, 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 ja, wir fahren, wir fahren. Wie, wie, wir fahren? Ja, wir fahren! Guck mal raus, irgendjemand hat Gas gegeben. Oh, ich weiß gleich, wo du Gas fahren. Ich hab Gas gegeben. Wo hast du Gas gegeben, Kevin? Kann irgendwer lenken? Lenkt irgendwer? Ja, ich lenke, glaube ich. Okay, wir müssen nach unten. Lenken wir nach unten? Nach unten, ja? Ja. Ich kann mich hier nicht mehr... Warum kann ich hier nicht... Leg gegen die Wand, Bro. Ja. Ah. Okay, wenn ich ein bisschen... Was ist dieses... Was sag ich dir, was dieses Sniper-Ding hier ist? Aber Kevin, kannst du auch... Oha! Kannst du gleich wieder bremsen? Ja, sag einfach Bescheid dann. Okay, okay. Jetzt nach... Ja, schön. Schön. Okay, schön, Jungs. Oh, Blubberblasen. Oh, Blubbers. Vielleicht müsst ihr nachher mal schießen oder so, I don't know. Aber auf was denn? Auf irgendwelche Gegner. Kann mal jemand rechts zu diesem... Ja? Oha! Jungs, ich kann schießen! Wir sind zu tief? Oder ist ein Hai oben? Ich kann schießen, wo ist der Hai? Nein, wir taten uns auch... Nein, wir töten nicht den Hai. Wir sind sozusagen auch ein Hai. Wir dürfen uns nicht auffällig verhalten. Unser U-Boot ist sozusagen auch... Äh, wir sind Geld. Basti, kannst du an die Waffe gehen? Ja, ich schieße. Okay, du weißt, wie es geht? Ich denke... Warte... Äh, soll ich Torpedos nach... Ich laden Torpedo rein. Ich laden Torpedo rein. Mach das, mach das. Ich hab ein Torpedo reingeladen. So, Torpedos drin. Danke dir, Karl. Okay, ich laden Sie den Schießen, Basti. Mit Rechtsklick oder so. Oh, es ist ein Hai. Hai, hai, hai. Warte, schieße. Ausrichten, die Kanone. Ja, jetzt, 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 gib ihm. Ich seh den. Oh, was ist das? Oh, mein Gott, oh, 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 oh. Okay, soll ich langsam machen? Ich mach langsamer, ich mach langsamer. Ja, wäre nice. Okay, is, is, is. Ich weiß, wir müssen tiefer. Müssen wir weiter... Bisschen tiefer? Okay, können wir singen? Können wir... Warte mal, können wir... Wo gibst denn überhaupt Gas? Kevin, wo gibst du Gas? Du musst links und rechts fahren. Ich kann hier Gas geben. Ich kann es auch noch weiter runternehmen. Langsam, einfach mal ein bisschen gedrosseln nach unten fahren. Warte, ich mach Schild rein. Gedrosseln, halbe, halbe Kraft. Ja, sehr, sehr, sehr. Die Strömung, die Strömung kommt und um uns rum sind blubberflämmt. Hai, 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 hai. Ich kann nicht mehr steuern. Warte, 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 ich muss mich ausrichten. Ich kann nicht mehr steuern. Ich kann nicht mehr steuern. Oh, wir haben einen Leckseam. Wir haben einen Leckseam. Leer-Guardian. Oh, oh. Jum, 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 jum. Notfall. Reparieren, reparieren. Reparieren. Tschüss, halb, schön. Jungs, es kommt noch mehr Wasser, Wasser. Jungs, hier ist überall Wasser, hallo? Hier ist noch ein Loch. Ich glaube, Wasser ist nicht unser größtes Problem. Loch ist zu, Loch ist zu, alles sicher. Loch ist zu, schön, noch mehr. Okay, ich glaube, wir sind safe. Es muss auch irgendwo ein Loch sein. Wie werden wir das Wasser los, hallo? Ich weiß nicht, ich bin in so einer Animation, wo ich in so einem... Jungs, hier ist noch ein Loch. Jungs, mich hat eine gigantische Spinne getötet. Oh, mein Gott, der Sieg, der Sieg hat. Warte, jetzt schimmert in der Spinne, wir haben hier Wasser drin. Ja, ich bin einfach nicht mit deiner blöden Spinne. Ich mach dich später weg. Was ist denn tot einfach? Hier kommt immer so ein Ärmchen raus. Warte mal, ich hatte hier so einen Mann genommen. Ich bin in so einer Faust. Digga, hä? Pass auf, Wasser kommt ins U-Boot. Wasser kommt ins U-Boot. Leute, ich bin alleine im U-Boot. Hallo? Er ist da zu wild. Jungs? Ja? Lebt ihr noch? Ja. Geht so. Was ist das denn? Äh, mich hat ein Mann genommen. Was? Ja, mich auch. Ich bin tot. Ich bin tot, I guess. Mich hat ein Mann. Was mach ich jetzt? Also oben links ist mein Herzschlag, der steht auf null. Das heißt, ich hab null Stress. Zwei. Ja, ich glaub auch, dass es für null Stress steht links oben. Ich bin tot. Okay, wir sind das Ripp. Okay, ich möchte jetzt, ich möchte meinen Platz als Steuermann mal anbieten, jemand anders. Okay, ich fahr, ich fahr. Also ich möchte aber nur auch sagen, dass es nicht meine Schuld war. Ey, ich fand das Game auf jeden Fall super nice. Ich würde sagen, Monopoly. Bro, mach jetzt nicht den. Nein, ich war. Mach jetzt nicht den. Das Game ist mega. Das Game ist gut. Kassi, Alter. Weird Champ Johnny. Nein, hä? Wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten nur unlucky. Das war, ja. Ja, 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 ja. Äh, ich bin in diesem Ding gefangen. Voyager's Gazette. Gleich sollten wir mal Faton. Alter, die Dinger heißen Fatoms. Total Death. Auf einen 341 Fatoms. Alter, Fatoms. Ja, der hat seine Finger im Spiel. Ich glaube, der hat's mitprogrammiert. Glaub ich auch. Er hat da was gemacht. Letzte Nummer 1, Kevin. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall damit beschäftigen, wie das Game halt wirklich funktioniert, oder? Sollen wir sowas wie ein Tutorial machen? Weiß ich vielleicht irgendwie, dass wir, also ich glaube, dass... Hast du überhaupt ein Tutorial? Oh, ich kann meinen Charakter customisen. Oh. Oh, ich kann mich zu einer Frau machen. Wo ist das? Ich finde, wir sollten kein Tutorial machen. Oh, ich mach mich richtig Baba. Tutorials würden nur Loser machen. Okay. Ich mach mich ein Baba-Heiß. Oder das Passwort ist das gleiche, ja? Oder braucht ihr das gar nicht vorher? Ja, okay. Karl, wo konntest du dich customisen? Äh, im Hauptmenü-Dings. Ich muss mir aber Baba-Frisur machen. Pa, wo dann? Ich weiß es nicht. Wir brauchen das Passwort beim Einloggen. Als ich euch eingeladen habe? Nein. Okay. Ihr kennt Bart. Kein Tutorial. Es gibt auch, glaube ich, kein Tutorial, to be honest. Okay, dann müssen wir auf die harte Tour, das uns alles beibringen. Okay, passt. Also, lass mal kurz Analyse machen, was gerade richtig gegangen ist. Was ist denn passiert? Wer hat denn gesteuert? Ich habe gesteuert. Also, wir sind gefahren immer tiefer, sind diesem Vater gefolgt, ne? Also, du kannst ja auch nur einen Weg fahren. Das gibt ja keine Möglichkeiten eigentlich. Wir fahren runter. Auf einmal ist er diese Strömung, die hat das U-Boot gepackt und ich konnte halt auch nicht mehr steuern. Er hat uns dann unten da reingeknallt, dann war an mir ein Leck und dann kam die Spinnenmann. Jungs, ihr habt alle Invites bekommen, ne? Just saying. Ja, ich komme rein. Ich habe angeklickt, aber irgendwie hängt es. Keine Ahnung. Deswegen weiß ich nicht, was wir hätten da machen müssen. Müssen wir gegen die Strömung dann vielleicht stärker die Motoren anballern? Oh, gerade mal. Jungs, Jungs. Wir haben auch andere Boote. Wir hatten ein zu kleines Boot. Und es war ein zweites, dreimal Boot. Das Boot war viel zu klein so. Ja, es lag wirklich am Boot. Ich habe es gemerkt. Hat man auch gemerkt, dass es auch zu eng war. Ja, es war viel zu eng. Es gab nur ein Bett. Ja. Oder Jungs, ich bin jetzt die U-Boots-Schlampe, by the way. Wie, meinst du? Ihr werdet ihr gleich sehen. Ich bin Baba. Ihr werdet verlieren, glaube ich. Die U-Boots-Schlampe. Ich glaube, mein Game ist irgendwie stuck, I don't know. Hier warte ich nochmal einen. Ich habe diesen roten Vorhang einfach nur, der bewegt sich nicht. Warte, soll ich mal kurz sagen, was Mark10284 geschrieben hat? Bitte? Interessiert das einen? Er sagt, ich mag das Game nicht. Oh. Ich sage nur den Input, Mark. Entschuldigung. Was willst du dem raten, Karl? Ja, dass er sich löschen soll, glaube ich. Oh. Bist du drin? Nee. Also ich bin drin jedenfalls. Auch noch kurz. Danke für den Gifted Sub und Freddy. Danke für den Twitch Prime Sub, Bro. Danke. Wo bist du denn, Reese? Ja, ich brauche nochmal kurz einen Invite. Mein Game war, glaube ich, eingefroren. Können wir noch mehr Sachen einstellen? Kevin Musial, oder? Ich glaube schon. Enable Custom Game. Oder kannst du mich mal einladen? Mann, aber wir können uns das Game einfacher machen. Bei den Einstellungen. Aber wir haben ja sowas nicht nötig. Ach, stimmt. Wups. Ich habe nur gesagt, es gibt die Option. So ironisch, weißt du? Ja, ja, ja. Hat man, glaube ich, immer in der Stimme gehört. Prism, du musst noch joinen, Bro. Ja, ja. Ich brauche einen Invite, aber jetzt hast du mir eingeschickt. Ich sehe, dass es geht. Ich würde sagen, bevor wir abtauchen, sollten wir erstmal alles abchecken, was es halt im Boot gibt für Sachen, was wir halt machen können. Ja, true. Kevin, schick nochmal, bitte. Äh, Bro, hä? Wo ist das Problem? Ich klicke drauf, aber das macht einfach die Nachricht weg, was weiß ich. Ab. Ja, du musst raus ins Hauptmenü. Oh, was ist denn das hier für ein... Bro. Hates, man, Bro. Hates, Alter. Wahrscheinlich denkt man daran, dass man ja nicht aus dem Serverbrowser in ein anderes Game reinscheuen kann. Klar, weiß man eigentlich. Das macht Sinn, finde ich. Ich finde es mal auch Sinn. Ah, jetzt ist der drin. Okay, es geht los, es geht los, es geht los. Es geht los, Alter. Basti ist muted und nebenbei Minecraft. Aber kein Problem. Nein, let's go. Okay, let's go. Okay. Jetzt heißt es erst mal erkunden. Ich habe... Nein, Alter, ich nehme den Ranch. Nee, wir haben nichts anderes. Ich würde... Oha! 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 Wer will? Alter, wer ist sie denn? Digga, was willst du das? Ja, Digga. Warum? Guck mal, check mal meine Beine aus. Guck mal, was ich kann. Oh, Alter, ich mach mich so an. Holy shit. Jalla, jalla, kommt er. Ich bin Rattich. Okay, was haben wir hier? Hier kann man steuern, Jungs. Hier ist Steuerding bei mir. Okay, einer ist der Steueratze. Einer kann steuern, genau. Oben links ist der Shooter. Hier ist Steuer. Ah. Hier gibt es einen Typ. Was kann man hier machen? Oben rechts ist auch nochmal ein Shooter. Oh, hier ist auch nochmal ein Shooter. Oh, wir haben zwei Kanonen. Nee, hier ist so ein Control Panel. Hier musst du irgendwie so aktivieren, welche Kanone du so anmachst oder so, glaube ich. Wie konntest du denn Gas geben? Wie ging das? Ah ja, an den Kanonenmann. Mit A und D kannst du die Kanonen switchen. Dann hast du eine andere Kanone. Aha. Er ist der Kanonenmann? Ich weiß es nicht, aber... Ich drehe mal das Schiff, damit es ein bisschen entspannter ist, ne? Für uns. Aha. Ah, Kanone, es schießt. Ja, ich schieße mit der Kanone. Es gibt auch eine Kanone unten rechts. Okay. Ja, wir haben zwei Kanonen. Es sind nur vier. Okay. Ah ja, da ist Bassiger dran. Ähm. Uff. Alter, Mann. Neu hier. Wie habt ihr den Torpedo? Ja, danke. Speedrunner. Pass auf, hier kannst du das verteilen. Wir haben jetzt zwei Stromdinger. Wir haben jetzt einen für Waffen verwendet, den machen wir mal raus. Und dann kannst du hier den Speed reinnehmen. Und jetzt fahren wir. Wir fahren jetzt. Weiter, wir fahren. Ähm, wie lebt man mit Torpedo? Oder haben wir jemanden am Steuer? Vorher, äh, vielleicht sagten wir. Haben wir jemanden am Steuer? Warte, ich geh jetzt Steuer. Ist irgendwer am Steuer und wir fahren straight up gegen die Wand. So, jetzt. Ich steuere. Das ist Ziel. Das ist Ziel. Oh, wir sind mega schnell. Okay, ich geh an die Kanone. Ich geh an die Kanone. Wie, ähm, mit welcher Taste bestätigt man bei diesen drei Löchern, dass man den Torpedo da reinlädt? Oder kann einer unten rechts den, den, das Torpedo noch aufmachen? Wie sinkt man? Oh, vielleicht kann ich das machen. Warte mal. Vielleicht kann ich das hier machen. Ähm, Brezmann, das weißt du. Wie sinkt man? Ähm, mit, mit W und, mit, äh, mit... Oha! Oha, I, T. Hä? Was war das? Was habt ihr gemacht, Jungs? Mein Strompanel ist am Arsch jetzt. Also, was war immer ihr gemacht habt, war nicht gut. Du hast irgendwie so ein Overload gemacht, Bro. Nee, das war ich nicht. Glaube ich. Warum fahren wir nicht? Äh, der Strom ist ausgefallen, Jungs. Dann macht ihr noch wieder an. Ja, ich glaube, das... War das wieder ins Steuer? Es musste sich kurz repairen, das Ding. Stopp, sorry. So, wenn ich jetzt hier eins draufmache... Also, wir fahren. Ja, wie kann ich sinken, Reed? Ja, jetzt kann ich... Alter, Karl, klick doch einfach mal ein paar Tasten, Digga. Mach ich doch die ganze Zeit, aber es sinkt nicht. Ich glaube, BASD. Ja, es sinkt nicht. Ach so, dann muss ich nach unten aimen. Ja, du musst nach unten aimen, klar. Karl, wir sind in einem fucking U-Boot, wir wollen nach unten, Pussy. Ja, ich muss eine Pussy, Bitch. Ich muss doch Wasser reinlaufen lassen, ins U-Boot, damit es sinkt. Dann gibt es so kleine U-Boot-Container. Ey, könnt ihr mal eins rein skillen in Waffen? Ich könnte rein, glaube ich, jetzt, glaube, schießen, ja. Ja, es geht mal was rein in Waffen, bitte. Ich habe in Waffen, nochmal. Ich habe links und rechts jetzt eine Lampe in Waffen. Oh, ja, BAB, 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 BAB. Okay, Jungs, ich fahr, ich fahr. Einer dreht gerade die ganze Zeit die Waffe. Ja, das war ich. Ich habe den oberen, oder? Ah, okay, jetzt checkt es hier unten. Ich habe den rechten, du bist der linke. Ja. Aber für was brauchen wir das Ding hier mit der Glühlampe? Also, ich bin der hinten quasi. Ist das ein Vieh, was uns angreift? Ah, nee, ist nur ein, okay. Soll ich mal in die Blubberblase rein? Ich mache die kaputt. Ey, mach mal lieber eine... Oh, highfish, highfish! Oh, abschießen, Basti! Ja, warte, ich muss, ich muss, ich muss... Jungs? Er hat damage, er hat damage. Boom, schön. Oh, easy. Ey, ey, ey. Ich muss reload, reload, reload. Oh, hast du dir die Keule gegeben, oder was? Oh, fuck. Achso, wie schießt man denn anders? Karl, Bro, oh mein Gott, Karl, switcht man nicht immer so oft. Wasser, wir haben einen Leck, wir haben einen Leck, wir haben einen Leck. Ich habe mir Snipe gegeben, ich habe mir Snipe gegeben. Ey, Jungs, weniger Fahrt, weniger Speed, weniger Speed, weniger Speed. Ja, ich habe ein Loch hier unten. Alter, ich schwöre. Kriegst du was hin, Basti, Riesmann, oder brauchst du Hilfe? Ja, ich habe... Speed ist jetzt aus, aber ich habe ein Loch trotzdem. Okay, Speed ist aus, wir chillen erstmal hier. Ich glaube, wir sind sicher. Ja, Baba, Baba. Soll ich mithelfen, soll ich mithelfen? Ja, wie macht man das Loch? Okay, Loch ist zu, Loch ist zu. Schön, schön, Baba. Wie kann man denn mit anderen Waffen schießen, als mit dem dicken Torpedo? Für die kein Torpedo ist, oder was? Genau. Okay, soll ich weiter am Steuer bleiben, ja, ne? Ja, mach mal Steuer dazu. Und von der hast du endlich Shot. Okay, den Torpedo nachgeladen, Basti. Mach mal Gas. Ja, einfach wieder reingemacht. Jungs, ich brauche Gas. Okay. Du musst das aber für dich freigeben, glaube ich. Ah, bei den drei Löchern, ich sehe ihn. Wenn es halt offen ist, kannst du dein Torpedo reinstecken. Also ich habe jetzt rechts und links jeweils ein Licht an. Ist das für euch dann freigegeben? Ja, 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 wir haben jetzt beide jeweils einen Shot. Wir müssen auf jeden Fall kommunizieren. Rechtslang, oder? Nachs rechts lang? Rechts lang? Ja, komm. Oh, neuer Tiefenrekord, Jungs. Ey, 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 Tiefenrekord. Pop, dude, let's go. So ein Gegenteil von Doodlejump. Ja. Ja, davon habe ich auch gerade gedacht. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Doodlejump, so, ja. So meine Generation. Oh, Blase, Blase, Blase. Blase, weg. Schön. Okay, nice. Ich habe Angst vor dem Fisch. Oh, Fischi, 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 Fischi. Ich habe Fischi, Olunda, Flünder. Hat ein Hit, hat ein Hit. Basti, Kinnin. Achtung. Okay, ist, ist, ist. Oha. Oha, oha, okay. Hochgespreng, die Sau. Ich mache keine Hörbe. Auf jeden Fall ein kleiner Torpedo da kurz nach. Alter, schweig. Okay, warte, 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 warte. Weniger Speed, oder? Weniger Speed. Achtung, wir haben schon ganz wenig Speed. Ganz vorsichtig, Jungs. Achtung, ganz vorsichtig. Ich mache das. Oh, smooth. Oh. Ich parke ein und ich fahre hier unten lang. Ist wichtig. Schön, schön, smooth, smooth. Good job, Bro. Stark, sehr stark. Richtig krass. Achtung, Blase. Blubber, Blase. Wenn du weniger Speed draus sagst, sag direkt an. Oh, hi, 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 hi. Ja, der will abhauen, guck mal. Zack. Ui, 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 der beißt unser Ding. Oh, zwei Haie. Oh, zwei Haie. Ich fahre kurz nach unten. Hab hochgesprungen. Boah. Diese Waffen sind zufällig. Okay, das war Flächenschaden an denen. Ich muss kurz meinen Torpedo nachladen. Mach das. Oh, wir haben einen Leck. Hast du deinen Torpedo noch? Ja, ja. Ihr macht das, ihr macht das. Ich fahre uns hier. Oh, hey, 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 hey. Schreifel, schnell, schnell. Dauerfeuer, Dauerfeuer. Hinter uns auch noch einer. Einer nach vorne, einer nach vorne. Hinter uns. Ich bleibe auf den anderen. Ja, ich mache Torpedo hinter uns. Okay, und? Zack. Pussy down. Oh, hier ist ein Loch noch. Oh, wir haben einen Leck, wir haben einen Leck, Jungs. Ja, das müsste repariert sein. Hinter uns, Basti, hinter uns. Aber wie kriegt man das Wasser hier raus? Mach du den sozusagen. Ich weiß nicht, wie man sinkt. Er fährt weg, er fährt weg. Alles gut. Wie sinkt man? Oh, vor uns, vor uns. Das Lettaste. Ja, ich mache, ich mache, ich mache. Der fährt einfach vorbei. Oh, Alter. Oh, wir haben doch wieder einen Leck, oder? Baut noch eine Hülle. Noch mehr, noch mehr. Ich fahre einfach nach unten. Ich fahre einfach vorbei. Ey, Karl, du fährst insane gut. Oh, hier unten ist ganz viel Wasser, Jungs. Basti, die kommen? Ja. Ja, wir sind ja auch im Wasser. Nicht so oft zwitscheln. Alter, egal. Boom. Alter, das haben wir einfach nach oben geschleudert. Insane. Alles cool, scheiß drauf. Ich habe noch einen gekillt. Komm schon, noch einen? Ich brauche mal Hilfe, ich bin schnell im Maschinenraum. Hier sind zu große Löcher. Kann man einschalten, wenn man vorbeikommt, bitte? No, ho, ho. Ah, wollte ich nehmen. Oh, nein. Oh, fuck. Wir müssen schneller fahren, wir müssen schneller fahren. Hier sind zu viele Haie. Schleller fahren, mehr Speed. Ja, hier ist alles voll mit Haien. Mach mal Speed an, schnell, schnell, schnell. Warte, ich bringe alles hoch, ich bringe alles hoch. Explosion, Explosion. Drei, zwei, eins. Warum sind da bitte sieben Haie? Hä, war voll gut. Shit. Wir waren nicht schlecht, Jungs. Mega gut. Warum sind da so viele Haie? Wir haben es bis 699 geschafft. Gibt es überhaupt Haie? Ich weiß nicht, was so gut ist, weil wir sind nicht mal bis zum ersten Strich gekommen. Wir sind noch nicht mal bis zum ersten Strich bei der Tiefe gekommen. Okay, aber ich glaube, wir haben schon eine ganz gute Crew. Wir haben eine ganz gute Crew. Auf jeden. Reeds ist der Mann für alles und ihr beiden seid die Sniper. Ich fühle, die Aufteilung ist Baba, Jungs. Okay, nur ganz kurzes Ding. Ich hatte gerade, also immer wenn wir halt irgendwie da übel auf dem Grund so aufsitzen, wisst ihr? Ja. Wenn ihr so eine krasse Kanone schießt, da habe ich unten teilweise, auf No-Sexual-Basis, zwei bis drei Löcher da und dann muss ich die halt immer so klopfen. Das heißt, wenn es richtig wild wird, müsst ihr da kurz, am besten Basti, weil du bist ja unten auf der Estrage, musst du kurz rüberflitzen und die auch zumachen. Wird gemacht. Nice. Okay. Äh, ich lade euch kurz ein. Oh, ich muss so Bock auf noch ein eisgekühltes Monster jetzt. Oh, ich hab euch. Oh, jetzt ein kaltes Monster. Warte mal, ich denke, ich hab noch ein Monster. Ich hab euch alle eingeladen. Warte, holst du den Monster, Kevin? Joa. Oh! Dann komm ich auch gleich wieder. Oh! Er kommt aber wohl, ich jetzt auch jetzt. Ja, ich hol keins. Ich trink mein Wasser. Und spiele Minecraft. Ich trink mein Wasser. Und spiele Minecraft. Ich kriege jetzt einen Miana. Hallo? 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 Sind alle weg? Was ist alleine? Oh nein! Komm mir mal ein Jam an! Oh nein! Oh nein! Hallo? Oh, das war was Lied. Okay. Es steht noch, es steht noch. Ha? Es muss noch joinen gehen. Ach so! Es geht nicht. Es ist gecrashed bei mir, das Spiel, glaube ich. Ja, schon. Komm rein. Kannst du mich noch mal einladen? Ah. Okay, hast du das Monster, Kevin? So. Habt ihr das Monster? Ja. Kevin auch? Kevin? True. Willst du zusammen auch noch? Hast du das Monster? Mhm. Hast du das schon geöffnet? Ja, sorry Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Rhys. Wir machen es jetzt. Bist du bereit? Es tut mir leid, Diggi. Aber ich habe es auch schon geöffnet. Oh nein. Nein. Seid ihr behindert. Da mache ich es jetzt für mich alleine. Ich mache es jetzt für mich alleine. Drei, zwei, eins. Und Zündung. So. Herrlich. Und Zündung. Okay, das haben wir früher immer im TeamSpeak gemacht. So. Ich will immer andere Items zu haben. Wer hat Druck, Jungs? Ähm. Wer kümmert sich ums Fahren? Ich. Ja, ja. Ich lass mal Aufteilung. Würde ich auch sagen. Ich möchte mir mal ganz kurz das unten angucken, was ich eventuell im Notfall im Maschinenraum will. Wo muss ich denn reparieren, Rhys? Also du hast dann einfach hier random Löcher in der Wand. Jungs, Vollgas. Willst du das jetzt neben mir? Ich bin hier der... Ich bin der Typ mit der Mütze hier. Achso. Ja. Du hast dann einfach random irgendwelche Löcher in der Wand. Gebt mir ein bisschen Gas. Nur so ein bisschen Gas. Wir fahren erst mal. Du musst dann einfach drauf links klicken. Achso, ich sehe einfach die Löcher und dann links klicken. Genau. Das kriege ich hin. Ich weiß nicht, ob wir actually auch das Wasser abpumpen können irgendwie. Okay. Was ist denn dieses Licht hier? Das ist damit wir in der Tiefensee mehr sehen können, aber ich würde es erstmal sparen. Oh. Geh jetzt mal auf deinen Platz hier und fummel mir nicht in meine Geräte rein hier. Fummel mir in mein Gerät, bitte. Äh, Kevin. Ganz kurz. Wenn ich W drücke, dreht sich dann deine Kanone auch? Nein, nein, nein. Ich bin die obere quasi. Also die hintere. Und du bist die andere. Alright. Kevin ist hinten. Aber Karl, du darfst, wenn da Monster sind, so wenig wie möglich hin und her switchen, wenn es geht. Okay, okay. Ja, das Problem ist halt, man kann nicht direkt sinken in dem Spiel. Und ich muss die ganze Zeit hin und her switchen, damit ich sinke. Weißt du? Ich verstehe schon, aber wenn es geht, weniger bei Gegnern. Oh, oh, jetzt auf einmal Full Speed. Ist das Full Speed? Ich habe nichts geändert. Ich habe nichts geändert. Ich kann, glaube ich, Full Speed machen, ja. Oh. Oha. Das ist bei mir immer noch auf dem gleichen Speed wie immer. Oh ja, das ist so Ditro oder so. Oh, Achtung. Oh, die Blubberblase. Blubberblase, die Blubberblase des Modus. Die Drecksackblase. Ah. Okay, ab, 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 ab. Was ist das denn für... Oh, oh, oh. Das ist der Tempel. Wollen wir in den Tempel rein? Oh, wir machen... Ja, Tempel, Tempel. Nein, aber das ist wieder dieser Boss. Das ist dieser böse Boss. Egal. Ab in den Tempel. Oh, leer, leer, Guardian. Okay, was müssen wir machen? Wir müssen irgendwas... Wir müssen gegen den fighten. Wir haben auf jeden Fall Löcher. Die fighten wir gegen den. Aber das ist ein Anfangsposs. Der muss mega leicht sein. Wie fighten wir die? Keine Ahnung. Ich mach die Löcher zu. Einfach in Bewegung bleiben. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Wie? Ich weiß nicht. Er greift durch die Löcher rein. Er holt uns. Durch die Löcher. Jungs, könnt ihr mich rausholen? Hallo? Jungs? Irgendwer? Wir können raus aus dem... Wir müssen rausgehen aus dem Boot dann. Wie? Wir können rausgehen aus dem Boot irgendwie, meint der Chat. Rausgehen aus dem Boot? Mhm. Ich bin auch draußen. Wie? Ja. Ich bin gefangen. Oh nein. Basti Boom. Basti Boom. Das kann nicht mein Ende sein. Das kann es nicht sein. Oh, ich bin draußen. DJ Basti... Oha. Oha. Ich fick den. Ja, Bro. Du schaffst das Kerl alleine. Oha. Schön. Schön. Kombo. Oha. Bitch. Oha. 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 Ich krieg keine Luft. Nices Roleplay. Ey lass ich Roleplayen. Das würde sich hier so anbieten. Ja, lass wirklich Roleplayen. Und Twitch Things dann noch machen. Nebenbei gleichzeitig. Okay, ich würd' erst mal sagen, wir müssen erst mal voten, wer der Kapitano ist. Ich, wenn ich fahr. Na ja. Captain Carl meldet sich zum Dienst. Arrrr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Basti Boom und äh. Kevin Bang. Und äh. Reetzmann ist der fucking, der fucking Scheuermann. Kevin Kek. Kevin Kek. W. Ich bin der Maschinen. Der Maschinen. Typ. Ja, bei Wenden sind wir aber auch. Du bist halt. Reetzmann ist in der Tech Friend Zone. Du bist der Backshooter, ich bin der Frontmann. Wir bräuchten eigentlich Henke für unten. Mhm. In der Tech Friend Zone. Warum? Als Matratze oder was? Ey, no joke, no joke. Wisst ihr was richtig witzig ist? Ist das eigentlich, warum bin ich eigentlich der Einziger, diesen Dings Insider bei Henke, bei Henke Niraff? Also was ist davor, was ist, was hab ich verpasst? Ja, weißt du, die lassen dich nicht onstream besprechen. Mann. Das müssen wir jetzt nicht onstream besprechen. Soll ich was witziges onstream besprechen, Mann? Wir ziehen Henke. Ein Offstream Insider, der sich entstanden hat. Ja, wir ziehen Henke damit auf, dass er in der Tech Friend Zone ist. Aber das ist eigentlich gar nicht so, Henke ist eigentlich Frauenheld. In der was Friend Zone? Tech Friend Zone. Weil er immer OBS einrichtet? Ja. OBS einrichtet, ja. Oh nein, oh nein. Okay, soll ich euch jetzt was witziges erzählen? Ja. Weiß ich nicht. Ich hab heute meiner Mutter ein Bild von Henke gezeigt. Mhm. Das war das Bild bei Instagram, wo rechts so ein anderer Typ war, ne? Okay. Und dann hat sie gedacht, rechts wäre Henke, weil sie meint, ja links sieht aus wie eine Frau. Okay, es ist 2020, kannst deine Mama ausrichten, Alter. Was denn? Also sie hat gedacht, Henke wäre eine Frau. Ich fand's mega, ist doch mega witzig. Schade für Henke eigentlich. Bei mir hat jemand geschrieben, for weird, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Kevin lad mal ein jetzt. Also bei mir im Chat sind nur Omega-Lolz und Clip-It. So funny. Jo, wahrscheinlich Clip-It, oder? Oh mein Gott, Clip-It, warte. Oh mein Gott, Clip-It, ich brauch das für mein Highlight. Hier. Hat Guardian XD geschrieben. Hallo Karl, darf ich ein Highlight von deinem Stream machen? Weil wir müssen gerade machen, ob wir heute noch Minecraft haben. Minecraft Endys sagst du? Nein. Bin drin. Okay, komm rein. Los. Keine Pause, keine Pause. Okay, dann halt eben Pause. Fuck, wir haben das falsche Boot. Ich kann nicht mehr switchen. Egal. Oh Gott, das ist immer das falsche Boot auch noch. Passt das Boot? Sorry, fall. Okay. Dann müssen wir uns umgewöhnen jetzt. Ich nehme diesmal den Wrench. Okay, Basti, du gehst an die Kanone, würde ich sagen. Wie immer, alles gleich. Lass nicht switchen. Lass nicht switchen und diesmal Speedrun. Ich würde direkt mal die Luke öffnen für den... Wo sagten wir vorn rausgekommen? Ey, hier, hier, ich zeig's euch, wo ihr rauskommt. Ah, Jungs, hier gibt's eine Kanone. Hier oben links, oben links und dann da drauf E drücken. Auf das Ding E drücken. Ah, okay, okay, okay. Okay, jetzt schaffen wir das. Seid ihr bereit für ein wildes Abenteuer? Bitte einmal die Luke für den Torpedo öffnen. Bitte einmal... Warte, warte, mach ich. Bitte einmal Gas. Wieso machst du das? Es ist mein Job. Verpiss dich aus meinem Raum. Mann, aber dann hab ich gar nichts zu tun. Wer das falsche Boot auffiel, hat er die Arschkarte. Nee, komm, Kevin, nee. Realtalk, wir machen uns das zweite hier unten. Komm. Gas. Ich kuschel, Karl. Rund da, Jungs. Ich will Gas. Danke. Okay, Bro. Auf 45 angelehnt. Auf U-Boot angelehnt. Oh, das ist doch krass. Oh, schau mal, ich hab uns so ein Schutzschild aktiviert. Seht ihr das? Warte mal, ich kann für Basti nachladen. Ja, das kannst du machen. Ja, mach das, mach das. Oh mein Gott, Schutzschild, Baba. Basti, wo bist du? Ja. Unten rechts. Ah, Kristalle. Ich bin der Nachlade-Johnny. Und wenn wir einen Lack haben, kannst du auch helfen. Sehr gut. Okay, ich hab nichts zu tun. Geil, Junge. Das Bock. Blubberblasen. Egal. Ja, Karl, bitte nicht so aufdrehen. Ja, es ist angeboten. So, Blubber habe ich das richtige Boot ausgewählt. Kevin macht die Löcher zu. Kevin, kannst du damit doch mal redauen? Schon? Kristall. Kristall-Monster. 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 Auf Backbord. Schieß ab, die Sau. Warte mal, Basti, ich kann die Actually noch eine langsamer geben. Nimm Speed raus, Basti. Oh, das wäre nice. Riesmann, nimm Speed raus. Weniger als jetzt geht nicht mehr. Wir haben jetzt drei. Wir haben jetzt drei, Basti. Okay, los, rein. Warte, ich drehe. Torpedo. Boah. Flirt. Reload. Kannst du das zweimal schießen? Das Kristall-Monster. Kann den vielleicht echt schwappen. Darf er das? Oh. Oh, dann nochmal, nochmal, nochmal. Okay, warte, ich laden nach, Basti. Oh. Okay, okay. Basti Boom, Junge. Keine Torpedos mehr drin. Wir haben wieder zwei. Oh, Seegurke. Hat einer Hunger? Seegurke, Dinker. Ich glaube nicht, dass es Seegurke ist. Oh, Schatz. Seegurke explodiert. Stromschock. 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 Strom wieder aktivieren. Unser Uiuiuiui. Unser U-Bot geht nicht mehr. Kapitän Strom braucht noch kurz zum Regenerieren. Melde, melde. Wir liegen auf. Wir liegen auf. Flasht doch hier einfach real. Melde, du wirst dem Kapitän Schaufquartier bitte den Strom nachladen und Gas geben. Dankeschön. Kapitän Strom ist wieder an. Kars ist auf eins. Pädos auf zwei. Schuttschild auf eins. An alle Einheiten. Ah, Eismonster. Eismonster Seegurke. Achtung, Eismonster. Bitte, bitte. An alle Einheiten. An alle Einheiten. An alle Einheiten. Digga, am Anfang geht ja ein Roleplay einfach. Haben wir es geschafft? Ah, der Kapitän. Nein. Ah, noch nicht noch eins. Alter, und es ist noch ein Eismonster. Oh Gott. Bitte, die Torpedos auch mit danach. Oh mein Gott, das ist ein doppelter Monster. Oh, da ist ein. Nein. Nein, daneben. Nochmal. Unsere Energie neigt sich langsam am Ende. Irgendwie muss man das auch aufladen können unter Wasser. Und? Ja, fahr einfach mal durch. Bitte einmal die. Es kämen wir nicht da. Oh, die Torpedos. Oh, die Torpedos. Sorry, Bazzi. Aber wir haben nicht mehr so viele. Wir haben nur noch 17, yo. Ja, ist okay. Aber man kann einstellen, dass man mit mehr Torpedos startet. Ja, aber vielleicht kriegen wir auch mehr. Ja, vielleicht gibt es unter Wasser noch einen Schock oder so. Wenn wir das Monster besiegen. Oh, die Strömung. Strömung, ich mache Schutzschild an. Strömung, Schutzschild. Festhalten. Festhalten. Oh, Seegurke. Oh, Höhle, Höhle, Höhle. Oh, Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Alle mal raus, oder? Alle mal raus, alle mal raus. Oh, hoch, hoch, hoch. Jetzt geht's raus. Äh. So, raus und Ohren, Zündung. Ich hab Gold gefunden, ich hab das Money. Ich auch, ich auch. Oh, Krabben, 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 rechts und Krabben, Achtung. Oh, Achtung, Krabben, Alarm. Zack, zack, zack. Kalten, kalten, kalten. Bazzi, du kennst dich aus. Klicken. Klickspeed. Oh, perfekt. Oh, das ist Larry der Homa. Oh, das ist Larry der Homa. Er will Sandy mir wegklauen. Oh, Scheiße. Oh, ich hab geil. Oh, 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 oh. Oh, wir haben Fuel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier kann man hochklettern, hier kann man hochklettern. Hier oben. Hier die Krabbe. Oh, klank, klank in die Krabbe. Muschel, Muschi, Muschi. Muschel, Muschel, Muschel. Äh, Muschi, äh, was? Ja, Schatz, das ist, oh mein Gott. Muschi, die Muschel. Oh, klank in die Krabbe. Die Krabbe ist vorbei. Hier ist der Riesen-Schatz. 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 Eilige Scheiße. Hau auf die Muschel drauf, die Dreck-Sau. Gibt's einen Perle? Wie kann man den Perle bekommen? Gibt's noch mehr? Ich komme auch noch hier rum. Krabbe, guck mal. Oh, oh. Schrimms, Larry. Das ist Larry, der Schrimp. Oh, Larry, der Schrimp. Aua, die hat mich gewissen. Oh, die hat eine Perle. Oh mein Gott, das Konzept ist ja so geil eigentlich. Wir looten jetzt quasi und dann fahren wir weiter. Oh mein Gott. Schatz, Schatz, Schatz. Oh mein Gott, Digga, so viel Geld. Starks, Starks, Starks. Lass sie noch kurz verprügeln. Ja, perfekt. Weiter geht's. Oh Gott, hört ihr auch die klassische Musik? Ja, hoch, hoch, hoch. Die hab ich in der Hand. Waren wir hier schon? Ich weiß nicht, glaub ich. Doch, hier war ich. Okay, wir haben alles, wir haben alles. Ja, zurück, zurück. Baba, ey, good job, Jungs. Good job, Jungs. Ich hab aber sieben Leben nur noch. Sieben Leben. Ich wiederhole, sieben Leben. Ich auch. Ich hab acht, aber... Lol, guck mal, ich hab nen Rucksack. Kann man vielleicht, wenn man schläft, äh, Leben regulieren? Oh. Wie kann man auf sein... Oh ja, ja, das geht! Ich schlafe. Okay, alle mal schlafen. Dann schlafst kurz, bevor wir weiterfahren. Anstellen. Okay. Äh, fertig. Wie kann man sein, äh, sein Inventar-Stuff angucken? Mit E? Ne. Äh, mit Tab nicht. Was hast du denn eingesammelt, Basti? Ich hab so ne Musikmaschine, ich hab Torpedos aufgesammelt, ganz viel. Ja, aber die, äh, was war das erste? Äh, so ne Musik, also so ne Musikbox und so. So ne Boombox. Ja, Mann. Guck mal, die hab ich hier immer noch an der Hand, guck. Boah! Oha! Kannst du die einfach nur mit Scrollrad durchscrollen? Mit Rechtsklick wechselst du dein Item. Ah, okay. Ja, dann hast du die einfach im Inventar jetzt. Oh, mach mal. Kannst du die droppen? Weiß nicht, ich hab keine Ahnung, wie man ins Inventar kommt. Spiel mal weiter, bitte. Das ist echt schön. Gört gar nichts hier. Boah, dazu möchte ich irgendwas Intelligentes machen. Ja, lass mal fahren. Darling! Oh, warte, wie können wir weiter, wie können wir weiter fahren? Wie können wir weiter fahren, please? Wie können wir weiter fahren? Yo, ich lad die, äh, Torpedos nach, Basti. Ja, mit der mittleren, äh, mit der mittleren Maustaste machst du ja nur so Comments, oder? Oha! Bro! Wir haben irgendwie so 18 Torpedos bekommen oder so. Ja, ja, ich hab welche gelootet. Dude, insane! Äh, wie können wir, wie können wir, ich kann nicht weiterfahren, ich kann nicht ans Steuern. Ja, ich denke, das Redfahren muss einfach nur wieder anmachen und dann... Hör mal auf, jetzt in meine Abteilung hier immer so reinzulaufen. Entschuldigung, ich geh wieder. Warte, 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 ich glaube, ich muss da draußen und unser U-Boot losketten. Ja, ja. Du musst losketten. Das neue Album hier. Geht nicht. Also ich kann, ich kann auch, warte mal, kann ich hier was machen? Wo? Ich kann uns, ich kann uns Speed geben, kannst du uns... Ah, Jungs, Speed kann funktionieren. Dicke, ich hab ein Speed, kein Speed mehr. Kein Speed, okay. Ähm, Achtung! Kapitän sagt, Eis, weg, Eis, weg. Oh, wir sind wieder raus. Eis! Okay, wir haben Torpedos. Torpedos drin. Speed, 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 speed. Speed ist da, Herr Kapitän. Wir haben drei Torpedos, Basti. Ja, danke dir, Meister. Schutzschild auf Stufe 1, zwei Torpedostufen. Perfekt. Das will ich hören. Achtung, die Strömung. Alle Mann festhalten an Bord. Die Strömung kommt. Die Strömung kommt. Oh, Belugawall, Belugawall. Was? Belugawall, Belugawall. 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 Reload. Belugawall. Ich mach's selber, Basti. Hi, Moin, Meister. Alle Mut, hier weiter so rein. Oh, wir frieren ein, wir frieren ein, meine Tür ist zugefroren. Ja, same, hier. Die musst du freischlagen. Oh, wir sind zu kalt. Es ist zu kalt. Ihr müsst die Tür freischlagen, ich ertrinke. Oh, hier ist auch noch ein Loch. Oh mein Gott, lauter Löcher. Die Strömung zieht mich noch öffnen. Jungs, was macht ihr, was macht ihr, hallo? Das ist schwer, wenn keiner reloadet gerade. Äh, lass da nicht rein, lass da nicht rein. Ne, wir müssen, wir have. Lauter Löcher. Oh mein Gott. Können wir irgendwie Wasser rauslassen? Wir haben ja viel hier drin. I don't know, I don't know. Er gebt, er gebt. Er gebt. Oh, die war still der ewigen Heiligkeit. Nein, magische Miesmuschel. Magische Miesmuschel. Was, 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 was das ist? Habe ich es geschafft? Achtung, oh, überall Wasser. Wir müssen gleich raus, kann es sein? Ich komme ja nicht raus, Hilfe. Wo kommt denn Wasser rein? Hier, das Wasserloch. Wasserloch, weg. Weg, 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 schön. Wasser weg, Wasser ist weg. Let's go. Und jetzt raus, 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 schön. Raus, aber schnell aber raus. Baba, Baba. Baba, zack. Oh, die magischen Seehunde. Die magischen Seehunde. Wir müssen sie, wir müssen ihre Sprache reden. Oh, 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 oh. Jetzt schlagt die doch nicht, nein. Oh, ha, der hat mich umgebaut, der hat mich one-shot. Wir haben was in den geschlagen. Du, der ist stark, der ist stark. Spiel die Musik der Menschen vor, mich zu verfolgen. Nein, er braucht nur, er braucht nur Musik. Oh, 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 oh. Warte, ich spreche mit ihm. Beruhig ihn, beruhig ihn. Ich glaube, er ist richtig mad. Wenn ihr in Low seid, dann geht rein ins Schiff und geht regenerieren. Ja, das stimmt. Okay, ja, ich bin Low. Ich muss dringend schlafen. Ich bin Low, ich gehe regenerieren. Ich komme gleich nach. Wir alle. Ich Gap. Rüstung wäre auch Baba, oder? Ja, Mann. Ja, Mann. Genug gepennt? Oh, ja, jetzt bin ich dran. Guten Morgen. Frühstück. Frühstück. Boah, guck mal. Jungs, ich will jetzt nicht sagen, aber ich bin eventuell tot. Ja, du bist auch der Einzige, der nicht reingegangen ist zu regenerieren. Ja, und du bist der Einzige, der unsere Freunde geschlagen hat, weil die war nett. Die wollten uns helfen. Bleibe ich jetzt tot hier zurück, oder? Nein. Vielleicht können wir dich mitnehmen, oder so. Vielleicht können wir dich mitnehmen, oder so. An Kevin, der heute alles gegeben hat. Kevin Teller, meine Damen und Herren. Oh nein, der ist so aggro. Oh Gott. Jungs, können wir mich vielleicht aufheben und ins Boot bringen, oder so? Wir müssen jetzt erst mal gegen die Seehunde kämpfen. Oh Gott. Die Seehunde sind übertrieben. Ah, der ist hier drin. Der ist hier drin. Der ist hier drin. Okay. Der Seehund ist hier drin. Er kann bestimmt nicht die Tür aufmachen. Gib mal Gas. Gib mal Gas. Ich war weg. Ich entführe ihn. Wir nehmen die als Kevin Ersatz. Hä? Warte mal. Reese ist auch tot. Ah, die Seehunde. Ich bin im Gefängnis. Du bist im Gefängnis? Ich bin im Gefängnis. Wrong thumbs. Ich hau hier ab. Hier sind 480 Geld. Ich hau hier ab. Wo bin ich? Oh, nimm mich mit. Oh ja. Ja. Oh, ich riss dich. Oha. Oha. Danke. No way. Pass auf, nicht ins Schiff. Nicht ins Schiff. Die Seehunde. Die Seehunde haben uns. Jungs, ich bin im Verlies. Oh, der Seehund dropped. Oh, Bro. Jetzt der Seehund. Komm nicht mit. Geh nicht. Renn ins Quartier der Seehunde. Das bin ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich glaube, die Seehunde sind so ein bisschen zu strong für uns. Die sind voll OP. Seht ihr noch meine Sicht? Oh mein Gott. Was? Oha. Wie viele, Bro. Junge, sie nehmen einfach das Schiff ein auf einmal. Die fahren einfach so weiter, Junge, wie er vorhin, Alter. Meilboot now. Ne, aber war eine gute Session. Wir werden besser. Wir werden besser. Wir werden viel besser, ja. 1200 Meter Schock. Ja, wir müssen mal das richtige Boot auswählen. Ja, sorry, my bad. Jetzt haben wir das richtige Boot am Wurzhof. Ja, aber ich frag mich trotzdem, wie wir so Items aufsammeln können. Was für Items? Ja, vor allem, wir haben jetzt richtig viel gesammelt, ne? Naja, die sind so gelootet haben. Vielleicht hast du die jetzt für immer. Oh, warte mal, vielleicht haben wir jetzt so viel XP, dass wir schon ein anderes Item außer die Ranch mitnehmen können. Ja, nein, vielleicht kann ich jetzt diese Musikbox im nächsten Game... Aber gut, die bringt mir ja nichts. Aber vielleicht... Oh, das wäre aber geil, wenn du die jetzt als nächstes mitnehmen könntest oder so. Ja. Also, gut, bei dem Musiklink bringt es dir jetzt nichts. Aber so allgemein, vielleicht kann man Sachen looten. Nein, 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 nein. Geht mal, bei Game müsst ihr auf den Katalog gehen. Ich habe 480 Münzen, jetzt kannst du dir so Sachen kaufen. Rüstung oder... Beim Game, bei Game. Du musst auf Play gehen und dann ist da oben der Katalog. Und mit den Münzen, die du jetzt in der Runde bekommen hast, kannst du dir neue Sachen reinkaufen. Oh, ich habe 480 Münzen. Ja, same. Oha! Oh mein Gott! Der ist karte! Was muss ich da holen? Ich kann eine Ramming-Machine vorne ran machen. Kachi Base, Alter! Ein Schwert! Das ist 1.500! 1.500! Ich glaube, Schwert wäre richtig wichtig. Ja, Waffe wäre gut. Aber kann man dann zwei Sachen mitnehmen oder wie ist das dann? Oder ist es dann so, dass zwei Leute dann eine Ranch dabei haben und dann auch ein Schwert als Beispiel? Du musst dich dann entscheiden. Ein Schwert wäre so gut, Alter. Dann hast du halt einen, der battelt halt dann mit dem Schwert und die anderen haben halt Wrenches für Löcher oder so. Ja, Schwert wäre wild, Freunde. Was ist bei RealX? Was hat man da? Das ist nix. Das sind nur so freischaltbare Dinger. Oh, fuck! Sorry. Achso, ich dachte, das wäre Ingame. Alter, ich habe genau in dem Moment was angeklickt. Ich dachte gerade... Digga, ich dachte, der Song könnte aus Ingame. Spotify braucht wieder diesen. Also... Diese Klamotten bringen ja wirklich gar nichts. Nee, wir sparen aufs Schwert, okay? Safe, ja. Gut, aber es bringt nichts, wenn alle das Schwert haben, glaube ich. Weil dann, wenn du... Also... Zwei vielleicht Schwert und zwei Dings. Rant. Ja, aber das müssen wir jetzt eh erst... Wir müssen ja erst mal weiter farmen, damit wir uns das leisten können. So sieht's aus, so sieht's aus. Also direkt, komm, Kevin. Komm, hör mich ein, Bro. Ja, ich habe jetzt einen neuen Style gemacht. Einen Moment. Ähm... Perfekt. Ja, ich muss aber Passwort reinmachen. Aber das Level, was man links oben hat, das zieht sich durch, ne? Also das wird nicht resetet pro Run. Das Level ist dein Leben links oben. Nee, also ich habe jetzt... Ich habe diesen Rettungsring hier im Hauptmenü und da ist das Level 3 bei mir. Okay, ich weiß gar nicht, was du meinst, Bro. Lad mich ein. Yeah. Habe ich? Ich habe mich alle eingeladen? Komm mal. Du musst Karl wirklich mal in diese Gruppe reinmachen, Alter. Welche Gruppe? Ähm... Freundesgruppe? Warte mal, wie macht man das denn nochmal? Verwalten? Rechtsklick auf mich und dann einfach zu... Kategorisieren hier. Ah ja. Du kommst zu krasse Typen und Streamer. Okay. I guess. Okay. Machen wir aber zu Business-Partner. Business-Kontakt. Hast du nicht gespeichert? Doch, habe ich. Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Kevin. Ah. Du kannst auch noch einstellen, dass wir mit ganz viel Torpedos starten, ne? Ja, aber das ist doch wack. So, wie es doch von Main eingestellt ist, ist doch gut. Okay. Sind wir unter Wasser? Ist unser Boot unter Wasser gerade? Ah, ne. Ne. Okay, ähm... Oh, das ist das schwarze Meer, Männer. Come on, Bro. Hier ist ganz viel Müll. Ja, Bruder. Wir müssen noch auf Rezmann warten. Der ist gerade AFK. So. Oh mein Gott. Bin ich auch wieder da? Hi, Basti. Basti, äh... Wir machen beide wieder einzelne Kanonen jetzt, ne? So. Ja. Basti, wie viel, ähm... Nimm mal kurz ein Torpedo bei dir raus, Basti. Teilen wir uns die Torpedo an... Okay, Basti, ist mute. Perfekt. Okay. Gas, Männer! Nein, 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 warte noch ganz kurz. Ja, wir warten. Ich warte noch, bis ich das Go hier aus allen Abteilungen... Ja, ja. Wir müssen noch auf den zweiten Schießmann warten, Bro. Okay, auf den Schützen. Mhm. Genau. Der Schütze DJ Basti Buben fehlt noch. Ja, Mann. Ja, Mann. Was? Oh, warte, warte, warte mal. Äh, warte mal. Ich hab den Special-Effekt, glaub ich, noch eine Sekunde. Basti, ganz kurz. Ja. Äh, wenn ich jetzt ein Torpedo rausnehme, geht dann bei dir auch die Zahl runter? Schau mal. Warte. Nimm mal. Nein. Nimm mal du bei dir einen raus? Jungs, ich hab den Special-Effekt. Hast du? Also ich hab, ich hab, ich hab... Wie viel steht bei dir? 25? 23. Männer! Okay, okay. Nee, Digga. Gibt Gas! Egal. Gibt Gas! Gibt Gas! Okay, Digga. Das ist ein bisschen auf der News-Time-Rede angelehnt. Alright, Jungs. Ey, Jungs, Konzentration, wir haben heute... Gas auf 1. Wir haben wesentlich mehr vor heute. Heute ist unser Tag, an dem wir mehr oder weniger Rekorde brechen werden, an dem wir in die maximale Tiefe vordringen werden. Ja. Das Schwarze Meer geht unsere Reise heute. Kennt ihr das, wenn man aus so einer Kippenpackung so dieses Papier rausnimmt, das so vor seinen Mund macht und dann... So hat es sich jetzt gerade angehört, Bro. Wir haben immer Butterbrotpapier genommen, als ich so 6 war, aber... Weiß er nicht. Was du gemacht hast? Soll ich den hochspringen? Nein. Äh, nee. Warte doch, der... Ja, komm. Oh! Oh, hier ist ein Zweiter! Hier ist ein Dungeon! Oh mein Gott, was ist das? Die Krabbe! Die Krabbe der Wald! Einfach weg! Neuer Song. Neuer Krabbi-Song, Alter. Die Krabbe der Wald! Wir haben Löcher untergeschossen. Löcher, Löcher, Löcher. Ich helfe dir. Ries, ich helfe dir. Ja. Ich gehe runter. Ich gehe in die Muschel. Ich gehe in die Muschel. Basti, du kannst zurück. Ich gehe in die Muschel. Okay, Jungs, wir sind drin. Reparieren, bevor wir rausgehen. Wie, gehen wir raus? Wir gehen raus. Ja, aber erst reparieren. Sind alle Löcher drin. Hier oben ist ein Loch. Hier oben ist ein Loch. Der Abfrug, Mann. DJ, wer ist die Boom, Junge? Ach, warte. Darf ich kurz mal meine Cam umbreitieren? Ey, Jungs, warte mal. Irgendwo ist noch Wasser oder Dings. Auf. Schau mal. Transformation. So. Hier passt. Hier ist noch ein Loch. Manchmal denke ich über mein Leben nach dem U-Boot. So, jetzt. Ob ich meine Familie so weiter... Ja. ...sehen kann. Manchmal denke ich drüber nach, warum ich hier eigentlich überhaupt bin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf dieser fucking Welt, die wir Planetärer schimpfen. Wer ist der? Der snailt mich gerade. Der snailt. Ich weiß nicht. Oha. Oha. Das ist ein Gift, oder? Trinkige Affiliate. Oh, ich hab ein Schwert. Ich hab ein Schwert. Ich bin sicher. Ich geh raus. Was ist das Gift? Warte, ich guck noch, ob er mehr leckere Sachen hat. Ich hab so einen fetten Pickel. Mir ist schlecht. Hier ist ein Schwert. Ja, das ist so ein kurzes Schwert. Wo ist unser Bett? Wo ist unser Bett? Wo ist unser Bett? Ja, komm ins Boot kurz. Aua. Vielleicht muss man schlafen, wenn man das hat. Mir ist schlecht. Aua. Basti Boom, hörst du mich? Ja, es geht noch. Aua. Jungs, shut up, Alter. Du kannst... Aua. 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 Du kannst hochfahren wieder, oder? It's a trap! Ah! Oh, warte, warte! Oh, der große Blubber! Smile! Oh, die Muschel machen auch damit! Muschel, Muschel! Aua, Muschel! Muschel, Muschel, Aua! Ja, unser Leben, oder ist es doch die Höhe? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist die Höhe. Wir regenerieren aber auch. Ach, oder ist es das Leben von unserem U-Bot? Oh Gott! Das Leben von unserem U-Bot? Oha! EMP, EMP, EMP! Ich hab keine Position. Nicht drehen! Schönes Ding. Wir haben ein Loch im Maschinenraum. Ja, ich hab hier auch ein Loch bei mir gehabt. Ich kann dir aktuell nicht helfen, ich hab nur ein Schwert dabei. Alles gut, alles gut! Warum hast du ein Schwert, du Bassi? Ja, ich hab's eingetauscht. Ich muss mal bitte einmal die Luke öffnen für mich. Ja, ich hab noch einen Stromschock hier drin. Jungs, der Strom muss auf Wasser wieder akzeptiert werden, ne? Was? Der Strom muss aktiviert werden, der Strom. Drum aktivieren, Herr Kapitän! Danke! Wir bauen Strom? Ja, Baba? Sehr schön. Die Seegurke fährt weiter. Alles auf volle Fahrt, alles auf volle Fahrt. So, nicht an die Muschle ran fahren, die Muschle macht böse. Ja, Muschle sind böse. Okay, rechts oben ist das Leben vom U-Boot, Freunde. Wir haben auch wieder mehr hier. Ich bin immer noch Seeglack. Ich switch auf Torpedo. Ja, gehen wir nicht hin, gehen wir nicht hin. Keine Torpedos verschwenden. Wir müssen jetzt mal in Ray zocken. Ray Shadow Legends. Dieses Video ist gespottet von Ray Shadow Legends. Es sieht fast aus wie ein fucking PC-Game. Oh, Hammerhai, Hammerhai. Oh, fahr vorbei, er macht noch kein Damage. Oh, oh, das ist eine gute Höhle, gute Höhle. Ja, jetzt ab, Jungs. Jetzt zeig ich euch, was mein Schwert drauf hat. Okay, zeig mal her. Boah, ich kack den alles voll hier. Oh, den Scheiß mal weg, ey. Oh, der Totem. Hä? Ja, ja. Oha. Was ist das? Wir haben Fuel bekommen. Oh Gott, der Sebeer. Schlag drauf, Schlag drauf. Schön. Schön, gut Job. Okay, rein da. Pass auf. Boah, Alter, es sind so viele auf einmal hier. Oh, die zockt ja richtig nebenbei. Oh, Jungs, hier ist so ein Zombie. Oh, mein Gott. Jungs, ich brauche Hilfe. Back, 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 back up, back up. Da kommt viel. Wir können die trappen, wir können die trappen. Ja, lass Stück für Stück weg snacken. So, schön. Schön, jetzt noch einen. Ich hol' mehr. Hier ist auch noch diese Krabbe. Das ist Sans, oder wie der heißt. Das ist... Ja, komm, komm. Der wird richtig gut weggekommen. Ah, der kassiert, Digga. Du, der kassiert. Schön. Oh mein Gott. Schlagen, weiter schlagen. Geh weiter zurück. Da ist ne Bombe, Jungs, oder sowas? Oh, ne Bombe. Was bringt er? Weg. Easy. Das war vielleicht sein Auge. Ui. Oh, ne Krabbe. Rande, rande, rande. Ja komm, einer jetzt. Ich muss dann mal reviven, Jungs. Buh, 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 buh. Schön, schnell. Oh, es geht weiter. Es geht weiter, es geht weiter. Es geht weiter, Muschi. Muschi, Muschel. Jungs, du hast ne Craps euch runtergefallen? Oh, krass, Krabbe. Hier ist auch so ein äh... Oh, ich hab 5 Farb, die nur noch. Oh, Monka ist. Der Pussy, komm her. Muschel ist Geistermuschel. Oh, Rie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Ries. Ich bin auf 1 HP. Ich muss zuhören. Oh, ich bin auf 4 HP. Liegt es aber auch noch einer. Nein! Oh Gott, der ist noch mal ein Sans. Wir gehen. Dance. Okay. Wir gehen wieder zum Schiff. Back up. Kurz reviven. Jungs, ich hab nen Rucksack. Hier ist noch ein Rucksack. Kann den jemand mitnehmen? Wo ist ein Ei? Ich hab ein Ei gefunden. Ah, da war ein Quasimodo drin. Ich geh ins Bett. Ey, du bist doch drin. Wir sind alle im Schiff, ne? Wie? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich komme. Okay, ich komme wieder raus. Ich komme, Jungs. Ich komme. Alles cool. Alles cool. Ich bin good to go. Mir folgt nur so ein Quasimodo. Den müssen wir kurz killen. I. Okay, Mama. Stirb. Der lebt noch, oder? Ne, ne, ne. Das ist ein Frosch. Oh. Okay. Okay, wieder. Full AP. Weiter geht's. Jungs, es war schön mit euch. Ich hab so nen Rucksack bekommen. Ach, du bist tot? Nein. Basti, wo bist du gestorben? Nein, wir können dich doch holen, oder? Basti, ich hole dich wieder. Basti, boom. Wo sind sie gestorben, Officer? Ich bin vom Skelett-Tänzer. Mach mir Platz. Oh ja, ich seh dich, ich seh dich. Kill? Lass den, hopps den, hopps den. Ich rest. Oh, du rest. Perfekt. Ihr seid die Besten. Seegurke. Seegurke. Okay. Aber anders, easy. Easy. Niemand wird zurückgelassen, Freunde. Schön. Dankeschön. Wie viel Leben machst du, wenn du respawnst? Neun. Neun, perfekt. Weiter geht's. Ich muss mich erstmal heilen, Jungs. Ich hab Föhn. Das war ne gute Expedition. Ich bin aber immer noch seekrank. Was kann man da gemacht? Haben wir alles geholt? Ne, ne? Kann man irgendwas gegen Seekrank machen, Chef? Wir müssen aber noch weiter reingehen in den Dungeon. Ja, aber wir haben keine guten Sachen dafür. Doch, wir haben richtig gute Sachen. Die machen richtig wenig Schaden. Denk an die Robben. Denk an die Robben. Was war bei den Robben? Der Rucksack. Jungs, ich hab nen Rucksack geholt. Okay. Der hatte ich vorhin auch. Aber ich weiß nicht, was der dann bringt. Ich hab reingeschissen ins Bett, ne? Kein Problem. Da war noch ein zweiter Rucksack. Sollen wir den auch noch holen? Ja komm, lass hoch. Okay komm. Lass nochmal rein. Dann brauchen wir nur zu zweit. Wir brauchen nur zu zweit gehen. Nochmal rein, nochmal rein. Komm. Komm mit. Ich will diese Seekrankheit loswerden. Rollen. Rolle. Nochmal Rolle. Hier müssen wir nach oben Karl. Zurück. Oh. Wo? Äh, heute nicht hier. Oh. Ein zweiter. Hier müssen wir hoch. Hier Karl. Seid ihr weiter im Dungeon? Ja. Siehst du, wo ich bilden Karl? Ja. Hier? Wo bist du? Hier. Da. Ja. Hier ist Ende. Ich seh dich nicht. Wo bist du? Ich bin bei dir. Nein. Schlag mal. Ich bin bei dir. Nein. Ich bin bei dir. Nein. Ein Rucksack lässt jemanden zwei Items tragen. Aha. Aber ich bin bei dir. Genau bei dir. Wer ist denn das? Ist das Reese? Ah. Bro. Das ist aber fucking Reese. Junge, los. Hier bist du. Okay. Jungs, wo seid ihr? Oh. Da steht ja kein Name drüber. Hier, hier, hier. Schau. Hier ist der Rucksack. Oh. Ich nehme ihn mit. Baba. Wer ist das hier bei mir? Wollen wir noch weiter gucken, was da noch ist? Ich glaube ich. Oh. Der Schatz, der Schatz in der Höhle. Oha. Wo? Lass dich killen. Lass mich Mr. Krabs killen. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Es ist egal. Okay, egal. Mr. Krabs. Oha, schön. Okay, haben wir alles, ne? Wir haben doch schon alles. Muschel killen, viel mehr Geld? Ich habe ja mittlerweile richtig viel Geld. Oha, geister Muschel. Oha. Oh, ich bin 3 AP, Jungs. Wir müssen zurück. Ja. Oha. Ich habe eine Speedrun-Taktik. Ich habe eine Speedrun-Taktik. Ich habe eine Speedrun-Taktik. Ah, Digga. Safe. Ich muss kurz ins Bett, bevor wir losgehen. Same. Ich nicht. Ich würde gerne mal meine Scheißerei loswerden. Same. Same, aber im Real Life, bitte. Jungs. Wir haben fast schon kein Wort. Legit. Wir sind ja auf dem U-Boot. Was erwartest du, du findest? Wir sind auf dem U-Boot. Das ist 1940, die Technik. Oh, wird da gekackt? Was ist das? Da hast du gerade gefürzt? Wer hat mein Megafon geholt? 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 Warten, ja. Hä? Warte, das ist mein Megafon. Ja, lass weiter fahren. Oh, Jungs, Hammerheil, Hammerheil. Oha, Jungs, Hammerheil. Achso, soll ich ins Steuer? Ja. Ich warte auf die Ansage von meinem Kapitän hier. Gas auf Stufe 1. Gas auf Stufe 1. Ja, warte, ich muss. Torpedo. Ah, ja. Der kassiert schon ordentlich. Der ist 1 AP. Schieß mit dem Maschinengang drauf. Okay, start. Unten, unten, Basti? Ja, ja. Bitte.